Heute stand bei der Google Adnet, du findest ja immer einmal oder alle zwei Tage eine Internetverbindung. Dein Internet ist biefschnell. Dein Internet ist so schnell. Ihr spielt richtig mit. Das Geilste ist, wenn morgens okay mit ihr spielt. Dann springt er immer hoch an den Hammer, wenn er mit ihr spielt. Mein Fahrer findet das total toll. Geh weg!